Hallo ihr lieben Schweigerer Matthias hier an dieser Stelle. Wir drehen heute hier im B&B Museum in München. So viele tolle Kollegen sind da. Detlef Buck, Friedrich Mücke, Tom Beck ist da. Die ganze Mannschaft ist heute mal angerollt, hier wieder zu drehen. Das ist eine sehr lustige Szene, aber ich verrate noch nicht, worum es euch geht. Das erfahrt ihr ja in dem Beitrag. Aber es wird auf jeden Fall sehr viel gelacht. Da habt ihr mal richtig Leute Furz gerade im Hintergrund. So eine Schweine. Wirklich, hör mal auf. Hier auf Klo. Echt? Ich hole mir jetzt ein Wasser. Ich sag's nur ungern, aber ihr Sperma ist so träge, dass die im Labor dachten, dass wir hier jetzt Faultiere züchten. Es gibt Menschen, die bleiben im Game Pool und andere fliegen raus. Was mir so auffällt, ist, dass er halt wahnsinnig mitfiebert immerhin und dann auch noch immer noch eine Idee hat, die nicht irgendwie im Drehbuch steht. Und dann so, mach mal das, mach mal das. Er ist lustig. Und dann sich auch selber immer totlacht danach. Das finde ich auch immer wahnsinnig gut. Das motiviert auch. Wenn man merkt, der Rischösser hat auch Spaß. Daumen hoch. Super! Super! Diese Begeisterungsfähigkeit bewundere ich auch bei ihm. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ist das menschlich? Echt? Ja! Was ist das? Ist das menschlich? Schönen Tag noch. We go global! We go global!